Braff sein kann ich alle Tage, dafür hab ich immer Zeit. Jetzt aber kommt das nicht in Frage, ich bin in Stimmung, darum will ich heut, heut, heut. Was erleben, was erleben, was erleben, was nicht jeden Tag passiert. Einmal möcht ich meinem Affen Zucker geben, was erleben, was mir imponiert. Was erleben, was erleben, was erleben, was nicht jeden Tag passiert. Einmal möcht ich meinem Affen Zucker geben, was erleben, was erleben, was mir imponiert. Und jetzt, heut, bin ich für was zu haben, aber Vorsicht, bitte sehr. Denn will sich einer von den Knaben zu viel erlauben, Junge, Junge, dann kann er was erleben, was erleben, was erleben. Was erleben, was nicht jeden Tag passiert. Wenn er frech wird, werde ich ihm eine kleben. Was erleben, was erleben, kann er gerne, wenn er das riskiert. Was erleben, was erleben, was erleben, was nicht jeden Tag passiert. La, 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 la. Was erleben, was erleben, la, 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 la. Ich bring euch Buttermilch. Macht schlank. Und schnell. Also, Kinder, hört mal zu. Ich glaube, eure Eltern hätten's ganz gern, wenn ihr alles im Lot bliebe. Und mit den Jungs gestern Abend im Schlafsaal? Das kann ich doch gar keinem erzählen. Das war ein Streich. Ja, wenn's der Teufel will, schieß doch ein Besen. Wir sind keine Kinder mehr. Es entwickelt sich heute alles viel schneller als früher. Aha. Die Akzeleration. Ja eben. Wenn ich zu lange, dann... Siehst du? Und damit ich nicht zurücklangen muss, macht ihr heute Abend um 11 Uhr die Luken dicht. Ja? Da geht jetzt der Mond auf. Aha. Der Mond. Hatte ich ganz vergessen, ja. Bitte halb zwölf. Ich lasse nicht mit mir handeln. Um Mitternacht wird abgeschlossen. Und zwar von innen. Und wenn ihr euch den Mond beguckt, zieht warme Wäsche an. Das Seeklima ist rau. Die warme Wäsche auch. Wie zu Hause. Ich lass mich nicht einsperren. Jawoll! Ich will heut was erleben. Was erleben. Was erleben, was nicht jeden Tag passiert. Einmal möcht ich meinen Waffensuck Gegeben. Was erleben. Was erleben. Was erleben. Was wird imponiert. Heute hab ich gute Laune. Alles ist mir heute egal. Heute stoß ich mal in die Posaune. Hau auf die Pauke. Denn ich möchte wirklich mal was erleben. Was erleben. Was erleben. Was nicht jeden Tag passiert. Meine Schwarze treffen oder dich daneben. Was erleben. Was erleben. Dass mir jeder dazu gratuliert. Eine gewisse leaked Leutequarze. Lusz. Ja. Straßeeng Truro.